ah schon grüß dich hat sich ja ich war an ist gar nicht so ich dachte wein wird oben ein peinemot hotel aber der aufgang kam ja komisch vor allem wir sind ja am skaff exit gelandet grüß dich john altes haus davon ist das peinemot hotel ich habe gestern abend mit bleispender noch ist früh um drei haben wir noch da und da war gezockt wie die kreis gestörten da waren wir keine runden dabei ja also eine super geile runde da hat glaube ich blei ja nur eingedötet nicht fünf aber war trotzdem geil und sonst nur so 123 leute weg gemacht auch oft aufs marge gekriegt play spielt den ranger und dann und dann und 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 was schon mal weniger habe ich eine fehlfunktion nein was mache ich die wollen das scheiße jetzt weiß ich es nicht mehr doch die waren das schiff der wollte auch nicht fallen ja und eine fehlfunktion nur gut dass man der letzten kugel dann noch weg gibt es mannschaft ist noch gar nicht richtig auf dem spielfeld angekommen schon ich habe noch deine vss die muss auch weg sonst spiele ich sie oder ich verkaufe sie nicht ich verkaufe sie nicht spieße glaube ich auch aufgeregt erst aufheit des tages nämlich gut dann bitte mit reinkommen dann ja ja ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spratzladen Ja, der hat auch gezählt Das ist der Nächste War der auch hier draußen oder war der an der anderen Seite Jetzt muss er hin Okay, da ist er Wie er sich gewaltsamen Zutritt verschaffen wollte Stahli, grüß dich Nee, geht irgendwie nicht Ist wahrscheinlich hier so ein MBX Collapsing Collapsing Steht eigentlich da, als könnte man es einklappen Collapsing Aber macht er irgendwie nicht Und da ist es Noch zwölf. Noch zwölf, noch zwölf. Schrotflintenfreunde hier, wie sie im Buchen stehen. Fein. 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 einer geplappert eine geplappert eine geplappert eine geplappert und kommen ausgestorben keiner mehr da aber eine totenstille hier also das gibt es gar nicht beängstigend hier elegant in der ecke liegt top in schuss das teil also ich habe wieder abgebrochen und Das war's. Das war's. Was ist denn das hier? Ah ja. John, du kannst kommen. Schön. Schöner Ausbeuter. 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 Schöner Ausbeuter.